Was ist das? Unser OK hat sich im Laufe der Jahre schon geändert. Es sind Personen gegangen, es sind Personen gekommen. Das ist klar, dass manche sind auch altertalber dann eben nicht mehr dabei. Aber wir haben immer wieder versucht, unsere Position im OK sehr kompetent zu besitzen und haben es geschafft, auch eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für diesen Event zu begeistern. Wir haben über 600 freiwillige Helferinnen und Helfer in allen Bereichen und nur so lässt sich eine solche Veranstaltung überhaupt durchführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017